Musik Ja moin, die weiche Licht, auch schön verkleidet, der Servo ist auch gesetzt und wurde auf Funktionen überprüft. Und wie ihr hier sehen könnt, habe ich auch schon mal das Fondament für das Straßenbett vorbereitet. Musik Ich wollte erstmal den Schwerpunkt auf die Streckenführung setzen. Wobei das Hintergrundleister auch allmählich, also ganz, ganz allmählich, an die Gewinne ist. Nur Strecke bauen ist ein bisschen langweilig. Hier habe ich noch mal ein bisschen grün erplatziert und angefangen mit der Erhöhung. Das sind da hinten die 2x2 in Orange. Aus diesem Grund habe ich hier noch mal ein weiteres Öffnament gedacht. Das hat natürlich eine andere Form wie eine bisherige. Das ist etwas breiter. Warum hat hier später das Stadtleben aus der CC-Serie hier vorgelegt stehen. Genauso habe ich hier auch noch mal die Straßenplanung weiter vergetrieben. Ich habe an dem Fundament für das Stadtleben weitergearbeitet und noch zwei Signale gesetzt, wie ich ihn erkennen kann. Des Weiteren habe ich noch einmal die Fundamente für die beiden Geraden, wobei die hintere ja leicht ansteigen soll, weiter vorbereitet. Die Höhen für das hinteren Bleistück sind sobald fertig. Und am vorderen Bleistück habe ich auch schon mal ein paar Teile ausgelegt, damit ich es auch aufmüten kann. Des Weiteren ist das Fundament für das Stadtleben komplett. Und hier habe ich auch noch mal die Straßeneinfassung etwas weitergearbeitet. Hier seht ihr die Unterkonstruktion für das Gleisbild mit der Erhöhung. Das erhöhte Gleisbild ist jetzt platziert. Ich muss noch ein bisschen an der Böschung arbeiten, damit ich hier die Hälfte schließen kann. Und dann kann ich demnächst das davor liegende Gleisbett ebenfalls platzieren. Somit liegt das normale Gleisbett auf einer Höhe von drei Platten und Fliesen. Und das erhöhte Gleisbild auf sechs Platten und Fliesen. Das vordere Gleisstück liege ich jetzt auch. Und wie man hier gut erkennen kann, ist das hintere Gleisstück etwas heller. Dann habe ich auch noch die Einfassung für den Fall auf der Straße weiter vorangetrieben. Jetzt muss ich noch auf eine weitere Bricklichtbestellung warten. Da meine Stadt am wachsen ist, habe ich auch noch eine Lightstacks Bestellung beauftragt. Ich habe dann noch ein paar Lampen bestellt und Stromversorgung dafür. Die ist in den letzten Tagen auch angekommen. Und die erste Bestellung von Bricklink für die Bordsteinkante ist auch schon angekommen. Nun warte ich noch auf die zweite Bestellung, damit ich den Straßenbau vorantreiben kann. Bis zum nächsten Mal. Jetzt Oentebett London… ... Bis zum nächsten Mal.